So, da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Aufgabe, nämlich unter dem Sand zurückgelegte Distanz, 500 Meter. Ihr seht gerade schon, ich habe gerade die Rekrutierungsaufgabe gemacht, wer die noch nicht gesehen hat, gern das Video anschauen. Grüße gehen da schon mal jeden Einzelnen raus, der da schon dabei war. Ich habe auch da gesehen, wie der Bottenkill gemacht hat, also es funktioniert doch, dass die definitiv Kills machen. Ich dachte immer nur, die lenken nur ab. Ja, so, das mache ich hier ganz einfach, jetzt einfach ab in den Sand und dann lassen wir uns versinken. Ich hoffe nur, ich werde jetzt nicht gesehen. Passt halt da oben auf mit Mandalorian, nicht, dass der euch weg holt. Und dann würde ich sagen, einfach ganz entspannt hier im Kreis rumeiern, hoffen, dass der mich nicht sieht. Aber ich glaube, der macht gerade die andere Aufgabe. So, wir sind schon bei 68 Metern und ihr wisst ja, wer Bock hat auf Custom Games, gerne ein Abo dalassen. Dann könnt ihr auch da gerne mitmachen, hier war nur ein anderer rumeiern. Ja, hier müsst ihr auffassen, nicht auf diese dunklen Stellen kommen oder an die Straße, weil ansonsten seid ihr nämlich wieder aufwärts am Stehen. Also ihr bleibt immer im Sand, solange ihr nicht an die Straße kommt oder hier in diesem dunklen Bereich. Ihr könnt rein theoretisch hier einmal im Kreis rumeiern. So, dann, wer meinen Creator Code einträgen will, kann das natürlich gerne auch tun. Ihr wisst ja, steht ja da, YT-Family-Hack. Und ich sage ja, das hier ist eine ziemlich easy Aufgabe, der Bot kommt schon gar nicht mehr mit mir mit. So, noch 50 Meter, aber denkt dran, nicht an Wasser, nicht an Straßen, ansonsten kommt ihr nämlich wieder aus dem Sand geschossen. Da hat der Bot ein bisschen mit mir. So, jetzt brauchen wir noch 3 Meter. Eigentlich müssen wir die Aufgabe ganz easy und da seht ihr schon, Aufgabe geschafft. Und so easy könnt ihr jetzt quasi beide Aufgaben miteinander verbinden. Einmal rekrutieren und einmal in dem Sand die Aufgabe. Und damit habe ich hier die Runde alles fertig. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und in dem Sinne sehen wir uns eventuell noch bei... Haben wir noch eine Aufgabe? Doch, je nach die Aufgabe haben wir noch. Also eine haben wir noch und dann bin ich für die Woche eigentlich auch schon wieder fertig. Freut mich, dass mich jeder unterstützt. Und in dem Sinne, haut rein!